So, wir haben uns als Klasse überlegt, wir machen jetzt auch ein Trainingsvideo für 1x1 Aufgaben. Das funktioniert so, wenn ihr das zu Hause hört und noch gar nichts davon wisst. Wenn ich die Aufgabe sage, lassen wir eine ganz kurze Pause, dann antwortet einer der Schüler. Wir werden dann später immer schneller werden und ihr versucht immer eher zu antworten, als der Schüler geantwortet hat. Wenn nicht, hört euch die Antwort an. Wenn es gar nicht geht, spult nochmal zurück. Nehmt es zum Einschlafen, hört es euch an, wie auch immer, ganz egal. Wir fangen mal an mit zufälligen 1x1 Aufgaben. Es geht los. Ich sage dir Aufgabe und dann geht es los. Und Action. 0 mal 0. Gleich 0. 7 mal 7. Gleich 49. 6 mal 3. Gleich 18. 2 mal 3. Gleich 6. 2 mal 7. Gleich 14. 10 mal 4. Gleich 40. 8 mal 2. Gleich 16. 8 mal 2. Gleich 16. 7 mal 3. Gleich 21. 2 mal 10. Gleich 20. 4 mal 4. Gleich 16. 5 mal 1. Gleich 5. 8 mal 9. Gleich 72. 10 mal 5. Gleich 50. 9 mal 4. Gleich 36. 7 mal 5. Gleich 35. 0 mal 7. Gleich 9. 10 mal 7. Gleich 70. 3 mal 10. Gleich 30. 1 mal 8. Gleich 8. 2 mal 9. Gleich 18. 5 mal 8. Gleich 40. 2 mal 10. Gleich 20. 7 mal 0. Gleich 0. 2 mal 6. Gleich 20. 3 mal 0. Gleich 0. 0. 7 mal 7. Gleich 49. 1 mal 7. Gleich 7. 1 mal 7. Gleich 7. 4 mal 9. Gleich 6 und 30. 5 mal 0. Gleich 50. Na, ein bisschen schneller. 2 mal 9. Gleich 18. 0 mal 9. Gleich 90. 9 mal 8. Gleich 75. 7 mal 4. 3 mal 40. 10 mal 1. Gleich 10. 4 mal 4. Gleich 16. 4 mal 5. 3 mal 20. 2 mal 3. Gleich 6. 9 mal 5. Gleich 5 mal 40. 0 mal 3. Gleich 0. 2 mal 3. Bis jetzt. 2 mal 3. Gleich 6. 8 mal 6. Gleich 48. 7 mal 2. 9 mal 14. 1 mal 0. Gleich 0. 9 mal 7. Gleich 63. 8 mal 7. Gleich 56. 8 mal 6. Gleich 48. 9 mal 4. Der ist jetzt um 30. 0 mal 0. 0 mal 5. Gleich 0. 2 mal 0. Gleich 0. 6 mal 8. 48. 0 mal 2. Gleich 0. 3 mal 8. Gleich 24. 0 mal 5. Gleich 0. 7 mal 6. Gleich 42. 42. 3 mal 4. 2 mal 3. Gleich 2. 8 mal 3. 24. 5 mal 5. Gleich 25. 1 mal 6. Gleich 6. 8 mal 10. Gleich 18. 7 mal 1. 3 mal 7. 1 mal 7. Gleich 7. 9 mal 1. Gleich 9. 2 mal 8. Gleich 16. Zehn. Einmal zwei. Gleich zwei. Ja. Vier mal null. Gleich null. Vier mal sieben. Gleich 28. Fünf mal sieben. Gleich 35. Zwei mal fünf. Gleich zehn. Null mal neun. Gleich null. Einmal sieben. Sieben. Sechs mal neun. Gleich 54. Sieben mal sieben. Gleich 45. Sechs mal neun. Gleich 45. Äh, 54. Sehr schön. Wenn ihr euch mal einen Zahlendreher einhandelt und dann sagt, sechs mal neun ist doch nicht von den Firmen, dann sagt ihr langsam, sechs mal neun ist 54, sechs mal neun ist 54, sechs mal neun ist 54, sechs mal neun ist 54. Immer schneller und immer wieder sagen. Fünf mal zwei. Gleich zehn. Gleich zehn. Zehn mal sieben. Gleich sieben. Null mal zehn. Gleich null. Gut. Lassen wir es dafür. Einfach immer wieder anhören. Zum Einschlafen vielleicht auch noch gut. Aber mitsprechen, schneller sprechen, als wir es gekonnt haben. Wir haben extra natürlich Pausen gelassen. Gut. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben. Gute Nacht. Gute Nacht.